Wir sind jetzt für beide Mannschaften zurück auf dem Grünhachen des Fritz-Walter-Stadions und es gibt einige Wechsel. Beim FC Bayern München scheidet aus mit der 26 Sven Ulreich, mit der 5 Mats Hummels und mit der 22 Serge Gnabry. Dafür kommen 9 Spiele, mit der 36 Christian Früchtl, mit der 4 Niklas Süde und mit der 24 Corentia Tolisso. Und auch der FC Kaiserslautern hat gewechselt. Ausgeschieden mit der 13 Wolfgang Hesel, mit der 4 Özgür Özdemir, mit der 6 Jan Löhmer, Trüben, mit der 10 Julius Piada, 15 Elias Huth, 16 Thürmer Bergmann, 21 Kent Witzuk, 28 Lukas Gotwari, mit der 38 Tobi Junic. Dafür begrüßen wir heute noch im Spiel mit der 22 Lennart Grill. Vom Kevin Krauss, 8 Timo Versteuer, 9 Timitide, 11 Florian Pick, 24 Christian Kühnecke, 25 Carlos Sägea, 27 Mohamed Morabit und mit der 37 Jonas Schulz. Tschüss! Musik. Musik. Das ist der Kaffee-Dee! Das ist der Kaffee-Dee! Das ist der Kaffee-Dee! Lager Trib Eps 7 Lagerlands Lagerii afres industrial Lager Chemist 소 사건 Lager 0 Lager nummer Lager Cowboy Lager 1 Lager Lager Woh! Applaus 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 Applaus